Waffen gefeuert Erste Einschläge unbedingt verifizieren. Sir, alle Ziele scheinen neutralisiert zu sein. Gut gemacht, Sandman. Wir haben wieder die Lufthoheit in Manhattan und die Frontlinie zum Fluss verschoben. Was ist unser nächstes Ziel? Das russische Kommandoschiff ist ein Oscar-2-Unterseeboot mit genug Cruise-Missiles, um die Ostküste auszuradieren. Wir müssen schnell zuschlagen, bevor sie einen Gegenangriff starten können. Gut, wie lautet die Mission? Schiff entern, Brücke einnehmen und dann die Waffen gegen die eigene Flotte richten. Sie müssen sich mit den Ziels zusammenschließen und das erledigen. Viel Glück. Anziehen, Männer. Wo werden die abgesetzt? Brooklyn Battery Tunnel. Ich dachte, der wäre eingestürzt. Ist er auch.